wieso bewegt er sich nicht kann auch noch kein geschenk versenden also irgendwie ist alles sehr merkwürdig gerade diese diese option dass man das geld rüber schicken kann das doch irgendwie nicht so nicht so eindeutig aber auch denn der dafür kann ja zu fuß rüber jener verschneller gott du gib mal gas fahr in die stadt da halt damit der machen 20.000 die stunde nice er fährt zurück er fährt zurück er fährt zurück kann man jetzt schon was verschinken so ok machen wir gleich die nächste ladung fertig so sollte er nur ankommen na juhu 382.000 war noch nie mehr keine ahnung ehrlich gesagt naja wird schon passen denke ich hoffe ich so ja spielzentrale die brauchen wir natürlich auch wieder wo stellen wir denn die vor schreck hin hier so eine mitte wäre auch irgendwie blöd war ich baue die mal dahin so und dann fangen wir mit dem ersten casino an was hier nicht hin passt wieso passt das nicht in so ein block können hier das ist doch scheiße neben der schule das kommt gut so hat hier mal ein bisschen ausbauen ja das ding brauchen wir auf jeden fall und das schild dann brauchen wir natürlich hier war und wo und hier und die dinger so und dann haben wir noch die türme am start da kann ich es nicht mehr in bauern hier könnte ich es noch in bauern ich baut mal da rein so wie kann man wie viel kann man denn eigentlich von die dinger bauen da ist ja wahnsinn raketenzimmer kann man auch noch bauen muss gehen anbau anbau fällt mehr passiert mit dem wieder abreißen kann ich dann eventuell hier noch in ran setzen ja wo soll man denn die hinbauen drei von sechs muss gerade mal testen also in dem bereich kann man die da hinbauen ich kann trotzdem muss hier hinbauen das ist ja nur diese komisch war weg davon null von sechs bauen kann passen muss wir nebeneinander tut mir leid sehr merkwürdig so soll das mal reichen wie noch kohle verschwendet hier kostet mich eigentlich so das nächste 140.000 die muss erst mal ein bisschen plus machen so wer so sagt ist noch lange nicht fertig war da werden wir auf jeden fall noch eine strahlende hauptstraße ziehen müssen ich glaube das lässt sich nicht vermeiden hier unten ist wahrscheinlich quatsch aber da oben werden wir wahrscheinlich noch eine ziehen müssen die ich mir auch noch gerade stelle ist könnte echt noch mehr bauen für die teile nur von denen nicht sehr merkwürdig sehr merkwürdig gut dann machen wir die straßen noch upgraden hat man ja hier schon die macht da hatten wir das ja schon gemacht dann machen wir das hier auch noch so ach so ja eine schiene wollte ich ja machen unsere züge sollen ja wieder rauschen auch so eine merkwürdige sache gut ja reist mal hoch hier 71.000 niemals alter niemals sind das 71.000 Einwohner das geht ja nicht 9.000 gewinnen und 38.000 gewinnen klingt ja schon mal nicht verkehrt die Polizei ist immer noch voll im stress war ja zu viele verbrecher ja das kann ich mir vorstellen und die wollen hier nicht upgraden warum eigentlich nicht da haben wir glaube ich mal hier noch eine gymnasium bauen so tja und wo macht das ding hier plus war faszinierend ne gut plus machen wir das kein problem naja äh okay wenn ich mir den preis so angucke buah aber wir haben ja noch mehr möglichkeiten wir haben ja hier auch noch stadien wo waren die noch die waren hier ach das haben sie jetzt unterteilt 150.000 da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von naja das läuft ja anders einigermaßen oje eine verletzung wie wie jetzt habt ihr ihr habt doch alles nö das ist alles schick hier möchte ich ja wohl meinen 11.000 naja sagten unsere touristenanzahl eigentlich äh doch so viele holla was war äh straßenbahn wollte ich eigentlich auch nochmal bauen passt natürlich da nicht in natürlichlich nicht warum eigentlich achso die kann ich quer bauen Central ach da kann ich achso ich weet warum Blöd. Aber da kriegst du nicht hinbauen. Oder da oben. Das wäre noch möglich. Da kriegst du sowieso hinbauen. Nee, da nicht. Da kannst du höchstens hier eine Ecke bauen. Hier unten ist leider... Hm. Ich kann sie hier nebenbauen. Zack. So. Ja, auf der Straße. Natürlich auf der Straße. So, dann steck mal alles schön um auf Straßenbahn. So. Hier kann ich nichts hinbauen. Was ist denn jetzt los? Oh nee, hört auf jetzt hier mit Erdbeben. Oh, wo ist denn das hier? Oh. Neben meinem Casino. Das ist uncool. Lasst das Casino stehen. Das scheint keine Auswirkung hier zu haben. Ach so. Können wir ja noch ein paar Dinger ranbacken. Damit es hier läuft. So. Bisschen. Viel Spaß. Aber hier sind niemals 89.000 Leute drin. Das ist doch viel zu wenig. Das ist doch nix. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind jetzt schon wieder mit der Feuerwehr los. Sehr merkwürdig. Und das ist ja sehr merkwürdig. So ein Schuttelbus-Dipot passt da hier locker hin. Zack. So. 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 ihr kriegt so viele bushels stellen hier ist mir ideal weil wir china beschweren nachher hier staul ist so wie viel passagiere 9 56.000 am tag alter schwede ist das denn hola 15 strafenbaut nochmal sollte eigentlich bis sie wird abgefangen wir außer dass hier schon wieder so ätzend ist noch mal ein bisschen für entlastung sorgen mal ganz toll so ein zentrum ist immer voll die action da nur ja ja Untertitelung des ZDF, 2020